Ja, habe die Ehre und herzlich willkommen auf Lenz Playground. Ich bin der Lenz und freue mich, dass ihr heute auch wieder zur 25. Episode von Night of the Rabbit dabei seid, zu versuchen, die Rätsel mit mir zu lösen. In der letzten Episode sind wir sehr traurig geworden und jetzt versuche ich wieder etwas, meine Stimmung zu heben, indem ich lange Zeit auf eine enorm große Rübe mit Zapfern zeige. Hier unten ist die Löwenzahnwiese. Die Motten wollten ja Samen haben, aber hier ist erst mal der Waldschrat, mit dem wir schon lange nicht mehr geredet haben. Näää, du bist nie alleine. Niemals. Okay, alter Stalker. Ach ja, nur raus damit. Der Waldschrat hat ihm wieder eine Geschichte gegeben, eben den Bonus-Bereichen, aber das haben wir ja alles schon gehört. Okay, was haben wir denn hier alles noch? Ein Gabelzweig, der wie ein Arm aussieht. Kann man sich eine prima Steinschleuder basteln oder eine Wünschelruhe. Mit Zwisteln, ne? Leider bin ich nur so groß wie ein... Das gleiche hat er das letzte Mal auch gesagt, aber... Die Wiese liegt ganz still und stumm da, als ob sie schläft. Okay, sie schläft in der Nacht. Der Ast sieht aus wie ein Arm. Ich beginne eine gewisse Art von Logik zu entdecken. Weil es Nacht ist und sie schläft, werden wir auf den Tag warten. Ein Ding, was ich jetzt hier festgestellt habe, ich meine, das sage ich jetzt in der Retrospektive, weil ich das jetzt ja gerade nochmal dammen muss. Die nächste Episode wird wieder live sein. Ist, dass ich hier Dinge machen kann, ohne drüber nachzudenken. Und das fast einfacher ist und besser funktioniert, als wenn ich drüber nachdenke, was ich zu tun habe. Nicht mit meiner Hand. Aber vielleicht mit dem Gabelzweig, der aussieht wie ein Arm. Und eine Hand natürlich. Wir haben die große Rübe, also können wir auch einfach nochmal ein bisschen Rübe mitnehmen. Ich brauche nur noch ein Gefäß. Ich meine, wir sind hier, sollten irgendwann wieder hinkommen. Mir fällt übrigens gerade auf, dass links unten dieses weiße Teil wahrscheinlich eine PET-Flasche von unten gesehen darstellt. Oder was meint ihr, dass es sein soll? Es ist leicht durchsichtig und weiß. Erstmal rein. Nachschauen, was die Zwerge so am Tag machen. Da gibt es aber nicht wirklich neue Dinge. Also hauen wir ab in die Läden. Das habe ich aber überhaupt nicht gelesen. In die Läden. Zum Kaffee eben. Ja gut, da ist auch der andere Laden. Aber wir haben den Maulwurf noch nicht gefunden. Vielleicht sollten wir den nochmal... Sollten wir die Möglichkeit haben, ihn zu finden? Ich weiß es nicht. Wir gehen jedenfalls mal rauf zum ersten Portalbaum. Denn ich denke, dass ich eventuell mit der Hand was fangen kann. Also mit diesem Astgabel was fangen kann. Aber die Astgabel ist natürlich zu weit auseinander. Und ich würde wie ein Fischer mit einem Netz gerne vorgehen. Das einzige Netz, das ich bisher gefunden habe, war hier oben ein Spinnennetz. Mit dem Flachs, denke ich, können wir dort nicht wirklich viel anfangen. Aber ja, das könnte natürlich auch später noch so sein, dass es funktioniert. Ich muss nochmal auf die Absurdität eingehen, die es ist, mir selber beim Spielen zuzuschauen und zu beschreiben, was ich mache. Also es fällt leichter, weil ich mehr natürlich schon weiß vom Spiel. Aber es ist extrem weird, im Kontrast dazu einfach zu reden, während ich spiele. Kann ich das Netz denn so mitnehmen? Mein lieber Scholli, solange sie da drin sitzt, darf sie ihr schöne stabile Spinnennetz verhalten. Solange sie da drinnen sitzt. Wann sitzt sie da drinnen und wann sitzt sie nicht da drinnen? Wir können die Zeit verändern mit unserer Nacht. Wir können uns aber auch erst mal verwandeln in eine Spinnennetz. Vielleicht können wir irgendwas wachsen lassen und sie damit vertreiben. Oh Gott, vielleicht hätte ich sie damit wachsen lassen. Zum Glück hat das wohl nicht geklappt. Dann warten wir einfach mal, weil wir können die Zeit verändern. Und warum geht das hier bitte schon nicht? Nee, ich bin kein Nerd, der da sitzt und Spiele spielt und wer dessen mit sich redet. Ich bin das Wesen, das dort unterwegs ist. Und, ähm, die Welt erforscht. Ich will, und wenn das Netz kaputt ist. Okay, also hier kann ich nicht schlafen. Jetzt ist die Frage, ist meine Theorie falsch, dass die Spinne nur zu gewissen Zeiten dort ist und zu anderen Zeiten nicht? Oder, ähm, kann ich jetzt generell nicht mehr schlafen? Ich probiere es jetzt mal an der nächsten Stelle aus. Und dann werden wir das sehen. Ich kann es anklicken und er macht was. Also sollte es hier voraussichtlich möglich sein. Ja, das klappt. Wir können auf die Nacht warten. Lassen wir diese zwielichtigen Gestalten, die wir einfach nicht abschütteln können. Und die ziemlich lustig mit ihren Echsenzungen durch ihre Masken hindurch gehen. Zumindest der schwarz gekleidete Geschäftsmann. Und wie da sieht er sehr viele Insekten oder, ja gut, die Insekten dort sind ein bisschen größer als in Wirklichkeit. Werden wahrscheinlich keine Insekten sein. Und, wie erhofft, ist in der Nacht das Insekt nicht in, das Insekt, die Spinne ist kein Insekt, die Spinne ist eine Spinne. Ähm, nicht in ihrem Netz. Also will ich hoffen, dass wir das uns jetzt auch schnappen können. Hm, schönes Netz. Recht gehabt? Und keine Spinne bleibt und breit. Recht gehabt. Schubidu. Die baut sich sicher gerade irgendwo ein viel schöneres Netz. Genau, wir haben ja nichts geklaut. Relativiere jede deiner Diebstähle immer wieder. Du bist kein Kleptomane, Jerry. Wenn man sich jetzt noch vorstellt, dass das alles eigentlich eventuell in seiner Fantasie sich nur abspielt, spielen könnte. Wir gehen ja einfach mal davon aus, dass es hier die Realität ist, die er wirklich erlebt. Dann ist das Ganze natürlich noch ein bisschen stranger. Ein Junge, der durch die reale Welt geht, ähm, Dinge einsammelt und Rätsel löst, die nur in seinem eigenen Kopf existieren. Naja, erstmal zurück zum Stadttor und die Heizung wieder ein bisschen aufdrehen. Wir wollen natürlich nicht hinterher in den dunklen Weg. Da kamen wir ja gerade her. Und wir wollen auch keine Witze mehr erzählen, sondern wir wollen uns vom Plato wieder abholen lassen. Ähm, und wieder... Sieht sich ganz stabil an und gar nicht klebrig. Äh, und vorteilhaft. Aber vielleicht auch vorteilhaft. Wer weiß schon, ob die Motten gerne klebrige Blumensamen essen wollen oder nicht. Zurück zu den Zwergen. Hey, Plato. Oh, Jerry, du bist aber noch spät auf dem Bad. Na, wohin? Das ist nicht das erste Mal, dass du mich nachts hier erlebst. Unser Postamt am Fluss steht unter Wasser. Ja, da können wir nicht hin. Für dich ist es ja kein Problem als Frosch, aber für mich als Mensch, der sich die Füße nicht nass machen möchte, stellt das schon eher ein Problem dar. Also, ab nach da hinten. Und das Netz angebracht an der Astgabelung. Jedenfalls will ich das gerne. Das Spiel, wie immer, macht uns mal wieder einen Strich durch die Rechnung. Gut, es ist nur bei Tag deutlicher Hinweis, was ich tun soll. Mal schnell die Nacht wechseln auf den Tag. Wäre schon ganz spannend, das in Wirklichkeit zu können, aber wahrscheinlich würde man sein Leben dann etwas sehr schnell vorspulen. Bei all den schlechten Dingen nicht dabei sein. Das ist echt eine gute Idee. Die dann aber halt auch nicht erleben. Aber da komme ich nicht dran. Natürlich kommst du da nicht ran, Jerry. Ist ja klar, wäre ja auch zu einfach gewesen, einfach ranzukommen. Ja, natürlich kann ich nicht das Netz mit meinem Seil verbinden, aber das Seil da ranfällt. Ich meine, da habe ich mich auch vor einigen Episoden hochgezogen. Das klappt schon mal. Hm, ich bin nicht stark genug, um den Ast zu ziehen. Natürlich bist du das nicht. Du hättest mal nicht aufhören sollen, um ins Fitnessstudio zu gehen. Na gut, mit zwölf Jahren. Es soll ihm verziehen sein. Und jetzt? Und jetzt? Jetzt nehmen wir das und schmeißen es den Berg hinab. Nein, wir schmeißen es einfach mal rein. Dieses Ende des Schnürsenkels, weil ich hoffe, dass die Zwerge, die ja in den meisten Legenden als sehr stark dargestellt werden, mir helfen, das Ding zu ziehen. Aufgenommen, zum Zwerg gebracht. Und jetzt? Komm schon, komm schon, Zwerg, nimm's an. Das bringt nichts. Nein, keine Chance. Der Zwerg will nichts ziehen, beziehungsweise will er wahrscheinlich einfach nicht aufwachen. Stimmt, das könnte gehen. Es geht ihm viel zu spät am Tag. Autsch! Okay, sehr verzögerte Reaktion. Aber er hat sich wohl den Finger etwas eingeklemmt. Wir wissen ja schon, dass wir hier ausmachen können. Vielleicht sollte ich die Finger da verlassen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sollte ich einen Schnürsenkel da ranbinden. Interessante Idee. Hoffentlich geht das nicht nach hinten los. Nachher sperren mich die Zwerge doch noch in allen Stollen. Und wir können alles Gold der Welt finden, das danach uns gehören wird. Das werden sie uns auch garantiert nicht wegnehmen dann. Okay, wir haben den Ast hochgezogen. Das hat doch mal geklacht. Durch die Kraft des Blausaftes. Die Kraft des Saftes. Möge der Joghurt mit dir sein. Das muss nicht geflacht. Das muss nicht geflacht. Nee, das funktioniert nicht so recht, das Flaxbückeln. Was auch immer Flaxbückeln ist. Das ist auf jeden Fall ein kleiner Zungenbrecher. Die Zwerge haben die Laub, aber bei dem Krach könnten... No, da könnte ich auch nicht schlafen. Das reicht mir schon, wenn der Rechner nachts noch laufen muss, damit die Videos gerendert werden für mich und euch und alle. Die Potenzial, dass sie jemals zuschauen könnten. Also Netz ran damit. Weder die Spinnbebe noch der Zweig sind noch klebrig genug, um es da festzumachen. Verdamm' ich noch einmal. Niemals funktioniert etwas so, wie ich das will. Ähm. Flaxbückel. Sirup. Sirup ist klebrig. Funktioniert? Okay. Ich habe einfach mal das neue genommen. Eigentlich nicht wirklich drüber nachgedacht. Den klebrigen Pinsel. Benutzt mit der Astgabel. Ich hätte ihn vielleicht auch aufs Netz schmieren können, aber das wäre ein klebriger Klumpen geworden. Und jetzt sollte doch auch die Spinnwebe daran halten. Super. Mein Spinnen sind jubelt gerade. Ach, mit großer Macht kommt auch große Verantwortung. Jetzt muss ich den Zweig nur noch in Position bringen. Und dann gehen mir hoffentlich ein paar von den Fallschirmtruppen ins Netz. Fallschirmtruppen. Ja, das habe ich da früher auch immer mitgespielt. Bis ich dann entdeckt habe, dass wenn ich sie anzünde, sie verbrennen wie eine kleine Supernova. Der Schnürsenkel steht unheimlich unter Spannung. Sollen wir damit noch irgendwas erschlagen? Oder wie bei Ghost Ship schlimme Dinge machen? Ich weiß es nicht. Mit dem Nagel hat es ja auf jeden Fall schon mal nicht funktioniert. Gut, wir müssen ihn einfach nur anlagen von innen. Der Wurfanker ist jedenfalls damit hinüber. Zum Glück kann man bei solcher Art Spielen davon ausgehen. Denn jedenfalls in der Zeit, in der ich diese Spiele bisher spiele, gehe ich davon aus, dass man nichts kaputt machen kann, was man später nicht brauchen kann. Nee, ich habe schon meinen schönen Wurfanker an das Schwungrad verloren. Das war's für mich noch heute. Aber dann hoffe ich, werde ich das halt auch nicht mehr brauchen in Zukunft. Ab wieder raus mit uns. Und jihau. Da haben sich Pusteblumenschirmchen im Netz verfangen. Sehr schön. Verdammt. Verdammt noch einmal. Mit unserem Stock vielleicht. Der war früher mal Universalwerkzeug. Keine Chance. Das war's wohl mit meinem... Was kann man noch machen? Den Wurfanker können wir uns nicht holen. Können wir es vielleicht machen wie mit einem Magneten-Guddy-Deckel? Oder uns einfach verzaubern wieder und rüberfliegen? Das klappt nicht. Das Verzaubern klappt vielleicht nur bei Personen. Nichts. Wachsen lassen können wir ihn dort auch nicht. Nur das ist ein Samen. Samen möchte an sich schon wachsen. Also machen wir das gute alte Ding und verbinden einfach alles, was wir haben und probieren alles aus. Flaxbüschel mit Stecken. Nicht wirklich, oder? Ich habe schon fast verstanden, als ich es gespielt habe. Aber er sagt tatsächlich, passt. Jetzt ist es wirklich ein großer Pinsel. Nice. Abschlecken? Vielleicht? Mein Rübensirup ist kein Ahornsirup. Es ist tatsächlich wie mit Magneten den Schlüssel aus dem Gullideckel zu holen. Gut, wir haben jetzt das Schirmchen. Wir wissen auf jeden Fall, was wir als nächstes machen können, weil die Motten wollten Blumensamen haben. Was mich immer noch fragt, ist, was es dort oben mit dem Musikinstrumentenbaum auf sich hat. Wo die restlichen Tautropfen sind. Und was es mit dem verschwundenen Maulwurf auf sich hat. Und natürlich auch, was es mit ... Was war der Ton? Was ist einfach nur mein Auf-Nacht-Warten-Ton? Und was es natürlich mit dem Postamt auf sich hat. Alles hat es auf sich, nichts hat es unter sich. Das Ding weiß ich auch nicht, was es ist. Habe ich da nicht eventuell diesen Aufkleber hergehabt? Ich weiß es nicht mehr. Den ich ja auch noch nicht weiß, wofür ich ihn einsetzen können sollte. Wir auf jeden Fall sind zum Glück hier gleich wieder verzauberte Nachtfalter, glaube ich, haben sie uns genannt. Sie erkennen natürlich nicht, dass wir ein Mensch sind. Eines dieser flügellosen Wesen, die den grauen Flug bringen. Ich kann auf ihr nicht pflanzen, ich wollte ihn ihr eigentlich schenken, aber dann wird es passiert drinnen. Dann mal aus mit dem verdörrten Ding und rein mit dem Neun sammeln. Wachse und gedeie. Okay. Wachs. Komm schon. Schaffst du es. Es geschieht nichts. Klar schafft das nicht. Ist das nicht ein besonderer Blumentopf? Er ist besonders rein, doch kein Zaubertopf. Ich bin ein Zauberer. Will das aber jetzt trotzdem rechtzeitig sprießen? Dass du uns helfen willst, macht diesen Ort schon wärmer. Oh ja. Es wird warm genug, um diesen Keim rechtzeitig zu wecken. Hm. Wenn ich ein Löwenzauerschirmchen wäre, würde ich ja auch keine Wurzeln schlagen wollen. Manche Rätsel sind sehr leicht, manche Rätsel sind eher nicht so leicht. Da liegt ein Samen drin. Wenn ich ein Löwenzauerschirmchen wäre, würde ich ja auch keine Wurzeln schlagen wollen. Den Samen haben wir da drin. Wir haben unseren Grünwuchszauber. Und schuppdiwops. Es funktioniert. Sie wächst. Löwenzauern. Hurra. Party. Du hast es wirklich geschafft. Du hast den verdorrten Boden dazu gebracht, die Früchte zu tragen, die unser Überleben sichern. Das war mein Wunsch. Du bist wahrhaftig der Zauberfalter, den wir gesehen haben. Zauberfalter? Ihr habt es hier gehört, offiziell. Ich bin der Zauberfalter. Wir sind alle zusammen der Zauberfalter. Was? Äh, danke, aber... Ich sehe als Mensch gar nicht so merkwürdiger aus. Oh, und da ist es. Und du hast es gefunden. Einst kamen wir durch jenen Spalt in diese Welt. Okay. Die Welt, die du dort finden wirst, die wir hinter uns gelassen haben, ist kalt geworden. Das habt ihr gemeint, ja? Da gab es wohl ein Eiszeug. Die Kraft unserer ungeschlüpften, hohe Priesterin. Sollen wir das Ei mitnehmen? Ganz schöne Verantwortung, die er da auf uns legt. So diese Welt auf unseren Reisen schützt. Es scheint uns bestimmt weiter zu ziehen. Eine weitere Welt. Wie auch die. Ja, die des Kobolds ist ja noch in Ordnung. Es ist die Frage, ob es mehr als diese fünf Welten gibt. Unendlich viele. Oder eine begrenzte Anzahl. Okay. Es scheint das Spiel nicht mehr so lange zu dauern. Ja, auch der vierte Baum. Wenn du in dieser Welt, so wie du sie kennst, noch etwas suchst, betritt das Portal noch nicht. Willst du diesen Spalt jetzt durchträgen? Gute Frage. Suchen wir noch was? Haben wir alles gemacht? Ich werde mich hier lieber noch einmal ein bisschen umschauen, weil... Also ich denke, ich kann nicht weitergehen, wenn ich nicht alle essentiellen Dinge gemacht habe. Aber... Das Portal steht für dich offen. Ich werde auch wieder zurück, ja. Ich werde jede Zeit zurück. Aber so diese Nebenauftragsdinger, die ich zuvor genannt habe. Tautropfen, Aufkleber, Maulwurf, Postamt, das wäre schon noch halbwegs interessant. Und die Dinge, die ich hier dabei habe, die ich noch nicht benutzt habe. Ein guter Schluck? Bring! Wie zum Beispiel die Hagebutten, die ich schon ganz von Anfang an mit mir rumtrage. Hm. Naja, wir können ja hier noch ein bisschen durch die Welt laufen. Ein bisschen Zeit haben wir in der Episode noch. Schauen wir mal ins Tagebuch rein. Ich denke, gelb sind die, die ich abgeschlossen habe. Und weiß sind die, die ich noch tun muss. Ja, ich habe da diese Aussage wie eine Frage phrasiert. Schnee und unnatürliche Kälte trinken vom vierten Portalbaum herunter. Ohne Flüge wären schon hilfreiche Stufen nötig, um hinauf zu gelangen. Der Poet mit seinem Frosch, das haben wir abgeschlossen. Seltsame Lichtung, sage um Ruder Baum. So viele Fuchsstatuen, da war wirklich ein Fuchs in den Feldern. Ähm, Jerrys Witze kommen in Mauswald nicht gut an. Herr Kirchenmaus und Junior haben eine spektakuläre Wassernuss. Sie sind bereit, darüber zu verhandeln. Vielleicht haben wir die weißen Dinge doch gemacht. Oder diese ausgegrauten. Und die weißen sind die, die wir noch tun müssen. Die gelben? Ich weiß es nicht mehr genau, wie das hier farbcodiert ist. Aber vielleicht sind doch die gelben die, die wir geschafft haben. Jerry hat den Grünwuchs erlernt. Jerry hat seinen ersten Zauber erlernt. Jerry hat den Hüter der Portale, einen alten Freund des Marquis geweckt. Jerry hat den Zwerg geheilt. Ja, das sind die Dinge, die wir geschafft haben. Jerry hat kleine Ursula von einem wilden Krähe gerettet. Ja, wir schauen erstmal noch ein bisschen rum. Der Marquis hat ja vorher gesagt, dass er noch beim Zauberer sich befindet. Das heißt, es scheint mir halbwegs logisch, vielleicht nochmal zu dem alten Zauberer rüber zu schauen. Dann nehmen wir wieder unseren Knackfrosch auf, rufen Plato herbei und reisen rüber zu ihm. Wuh-Hei! Habe die Ehre, Plato der Frosch. Hallo Jerry, du bist aber noch spät auf den Beinen. Wie ich schon sagte, das ist nicht das erste Mal, dass du das erlebst. Ab zum Stadtrand von Mauswald. Ich habe ein paar Nächten von einem seltsamen Baum geträumt. Er stand auf einer nebligen Lichtung. Ja, das sollte der Baum gewesen sein, über den wir hier in die Welt gelangt sind. Bis später. Ja, der Stadtrand ist richtig gewesen. Und dort ist auch schon der Waldschrat. Wie will das heißen, dass wir hier richtig sind? Oh. Hallo du. Du bist ja immer noch wach. Die Nachtluft duftet so wunderbar. Ah, so schön. Man kann die Geschichten... Eine Geschichte habe ich heute schon notiert. Noch eine weitere. Sie hat sich genau hier zugetragen. Vielleicht sollten wir uns die doch ansehen. Noch einmal zur Wiederholung. Wenn ihr wollt, lasst sie gerne nochmal danach durchlaufen, dass ihr die auch wirklich gesamt anhören könnt. Gefällt dir meine Geschichte zwischen den Welten... Weiß es nicht. Ich habe sie nicht angehört. Aber das will ich dir nicht verraten. Und vielleicht gibt es auch etwas, das du vergisst. Kann natürlich sein. Ab hinein zu den beiden Magiern. Ich meine, ich kann jetzt schon drei, beziehungsweise vier Zaubersprüche. Was ist dieses Ding denn da unten? Ich meine... Ich kann es aufnehmen. Noch so ein Aufkleber. Okay. Ein Aufkleber. Um deine Sammlung anzusehen, öffne das Inventarspielmenü und klicke auf Bonus-Sammlung. Machen wir doch gleich mal. Inventarspielmenü. Bonus-Sammlung. Bonus-Sammlung. Hier gibt es Hörbücher, Erfolge, Sticker, Sticker, Anjas Krabbelkäver Kinderkrippe. Noch einmal. Anjas Krabbelkäver Kinderkrippe. Da hätte ich wohl noch deutlich mehr finden können. Unter anderem wahrscheinlich einen im... Ja, okay. Die sind alle schon irgendwie themennotiert. Es gibt einen Hasen, einen Japaner. Es gibt einen Schmetterling. Noch eine andere Art Schmetterling. Eine Echse, die wie ein Krokodil aussieht. Und eine Schnecke. Aber keine Ahnung, wofür ich die gebrauchen sollte. Mit höchster Wahrscheinlichkeit kann ich die hier irgendwie einsammeln, aber... Acht Geschichten aus dem Mäusewald. Okay. Von Matthias Kempke. Gelesen von Gunnar Bergmann. Das klingt ja durchaus tauglich. Lieber Herr Gunnar Bergmann. Vielleicht ziehe ich die mal aus den Spielerdateien raus. Für meine Nichten und Neffen. Die wollen sowas sicherlich bei Autofahrten anhören. Solange ich nicht dabei sein muss. Ich frag mich auch, was die Eisenbahn auf sich hat. Ja, das wissen wir. Wir haben schon einige der Tautropfen gefunden. Mit Sicherheit noch nicht alle. 32. Glaube ich, müssen es insgesamt sein. Ja, ähm. Wir sind wieder zurück bei den Zauberern. Ich denke, das reicht auch heute für die 25. Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Hoffentlich kommt ihr auch morgen zur 26. wieder. Und hattet ähnliche Freude wie ich. Und ansonsten macht euch einen schönen Abend, Nacht oder Tag. Wann auch immer ihr das schaut. Und ja, lasst mir ein Like, Kommentar oder Abo da. Gehabt euch wohl.